Das ist doch Bufflos Name, was macht ihr denn hier auf dem Friedhof um diese Uhrzeit? Bufflo? Ähm, äh, stimme auf! Wo bin ich hier? Was ist das? Du hast hier auf einem Grab geschlafen, das ist schon ein bisschen gruselig, oder findest du nicht? Nein, ich war zu Hause. Ich war zu 100% zu Hause. Oh, okay, okay, okay. Ich weiß nicht, was hier los ist, aber ich weiß auch nicht, warum Buffli hier transportiert worden ist. Aber hier sind, guck mal, hier sind überall so YouTuber an diesen Gräbern. Was hat das denn zu bedeuten, Leute? Buffli hast du eine Idee? Nee, ich hab gar keine Idee. Vielleicht haben die mich ja verwechselt, weil ich ja auf Okis Grab lag. Boah, stimmt, ihr habt ja die gleiche blaue Farbe. Oh Gott, wer ist denn dahinter? Wer hat denn hier alle YouTuber begraben, Leute? Das werden wir jetzt in diesem Video herausfinden. Wir werden jetzt gleich alle Gräber ausgraben und gucken, was da passieren wird. Oh mein Gott, das dürft ihr nicht verpassen. Bleibt bis zum Schluss dran. Abonniert die Glocke. Aber das Problem ist, was, wenn die böse sind, Buffli? Was machen wir da? Ähm, warte mal, da ist ein Schild. Oh ja, warte mal. Stimmt. Könnt ihr alle YouTuber-Gräber meistern? Hä, wer hat denn das Schild hier hingetan? Ich verstehe es nicht. Hä? Ich verstehe gar nichts mehr. Okay, in der Kiste ist aus. Jemand will mit uns im Spiel spielen. Jemand will, dass wir das hier alles meistern, Leute. Okay, ähm, gut, dann würde ich sagen, wir machen wieder das erste Grab auf. Okay. Hallo? Da liegt Ukri. Hä? Da liegt jemand. Oh Gott, da liegt wirklich Ukri, Leute. Oh mein Gott, was ist denn jetzt los? Ah! Geh da rein, da, los. Geh rein. Okay, soll ich das wirklich machen? Oh, ah! Ja, du sollst das machen. Äh, hä? Ukri, bist du das? Ich liebe Diamanten. Ach, geh mal auf. Oh, okay. Ah! Er haut mich, Buffalo! Andy, pass auf, los! Okay, er macht Schaden. Andy, du schaffst das! Ich muss einen Goldapfel essen. Los! Da ist sogar zwei. Und bam! Okay, wie... Du musst das alleine schaffen. Ich helfe dir nicht. Oh, okay, ich habe ihn besiegt, Buffalo. Irgendwie habe ich ihn besiegt. Keine Ahnung, wie ich das gemacht habe, aber ich habe es geschafft. Und, äh... Okay, hier ist eine Kiste. Wow, okay. Äh, ist eine Zauberfläche. Zauberstab drin, Buffalo. Ein Zauberstab? Gib mal ein bisschen dirt! Gib mal ein bisschen dirt! Ich muss hier hochkommen. Warte, warte, warte. Ich baue hier ganz kurz was ab. So, wie viele brauchst du? Äh, ich bin schon oben. Alles gut. Du warst so langsam, aber ich habe hier so einen Zauberstab. Wow, Leute, ich habe hier so einen Zauberstab. Warte, ich mache mal rechtsklick hier. Und... Was passiert denn dann? Bam! Ach, du Heilige! Aufpassen! Ist der stark! Du hättest mich hier verletzen können! Oh, sorry, Buffalo, das wollte ich nicht. Oh, tut mir leid. Oh, ich passe auf nächstes Mal. Pass ich mit dem Zauberstab ein bisschen mehr aus. Aber der ist schon echt... Kannst du noch was anderes machen damit? Hey, oh! Ja, okay! Äh, tatsächlich nicht. Ich kann nur Donnersturm machen. Der Rest ist leer. Ach so. Naja, schade. Okay, aber ich möchte gerne Paluten machen. Dann gönn dir Paluten! Let's go! So, Paluten, ich komme! Okay. Ähm. Was ist los mit euch? Ist das nett? Warte mal. Äh, ich weiß... Ich weiß nicht, was mit ihm ist. So. Warte. Hä? Der vor... Warte mal. Wow! Was ist er gekommen? Und? Hat er es gebracht? Der macht Schaden! Der macht Schaden! Ich komme! Okay. Okay. Du hast gerade ein bisschen übertrieben, Buffalo. So stark war ich jetzt auch nicht. Aber oh, du musst... Ich hatte nur noch drei Herzen! Du musst ein Schloss aufmachen? Ja, aber nur zum Glück so ein Holz... Ja, ist ein Holzschloss. Natürlich schaffe ich das. Äh, mein Item! Okay, nein, ich gönne dir das Item. Alles gut, alles gut, alles gut. Du lass es... Geh in die andere Seite. Geh in die Ecke da. Oh Gott, ich sehe schon Samlaki da, Leute. Ja, ich bin hier auf der anderen Seite. So, okay. Das ist mein Item. Okay, was hast du bekommen? Ach, Mann, ich habe auch was für dich bekommen. Zeig mal her. Ja! Ja, nice! Da waren zwei Millionen drin. Da waren zwei Sachen drin. Genau, das ist unfair. Warum kriegst du ein und ich? Tja, du wolltest halt ein paar Looten machen. Oh, nice. Das macht viel mehr Schaden. Doppelt so viel wie das Diamantschwert, Leute. Okidoki. Dann bin ich jetzt als nächstes dran, Leute. Wenn ihr es bis jetzt so cool findet, dann lasst mal alle jetzt einen Daumen nach oben da. Drei, zwei, eins. Alle liken. Vielen Dank, dass ihr das Video geliked habt. Aber, Buffalo, ich gehe jetzt bei Samlaki rein. Oh, das wird dir super sein. Dann geh du bei Samlaki rein. Okay. Oh, er haut mich direkt. Oh, er lässt mich nicht. Äh, okay, Buffalo, ich habe ein Problem. Wieso? Soll ich helfen? Ja, ich habe ein Problem. Okay, alles gut. Doch nicht. Wuhu, dem macht nicht viel Schaden. Okay, ich muss hier wieder ein Schloss... Äh, also ich muss jetzt mal auch mal ein Schloss knacken. Nein, Buffalo. Nein. Okay, okay, ich höre auf. Jetzt mache ich einen Zauberstab auf dich. Oh, nice. Guck mal, ich kann fliegen. Und ich muss hier rauskommen, als ob da nur eins drin war. Ja, da war nur eins drin, Leute. Mit diesem Ding kann man einfach im Game-O-Survival rumfliegen. Das ist richtig nice. Aber, Buffalo, du darfst hier sogar ein Lumi machen. Guck mal, du darfst Lumi machen, Lumex. Das ist doch krass. Wo ist er? Was? Wie cool ist das denn? Viel Spaß. Warst du das? Ja, ja, ich habe das mit dem Zauberstab gemacht. Pass auf, pass auf. Nicht machen, ich habe nur drei Herzen. Aufpassen. Ich helfe dir jetzt. Okay, alles gut. Okay, Leute. Was glaubt ihr, wird in dieser Kiste drin sein? Schätzt mal. Schreibt es mal in die Kommentare. Es ist eine. Wow, ganz ruhig, Buffalo. Ich habe hier nichts getan. Ja, ich bin ganz ruhig. Ich bin ganz ruhig. Nein, ich muss mich ja wieder hier hochfrauen. Mann, was ist das? Tja. Okay, wir haben hier schon mal die Hälfte der Gräber geschafft. Bis jetzt nice Belohnungen, Leute. Und auch sehr spannend. Aber wir haben hier noch Dr. Banks. Easy Cheesy, Alphastein und Chaos. Lufthorne, das wird auch nicht mehr so einfach. Weil die werden immer stärker. Aber Danny, du wirst es schaffen. Ich glaube, ich brauche deine Dingsbumser, die du bekommen hast. Du brauchst die hier? Warte. Ja. Glaube nicht. Wo ist der? Wo ist der? Du brauchst doch einen Zauberstab. Ja, ich will ihn erst mal mit dem Zauberstab hier treffen. Ja. Komm her. Wenn ich runtergehe, ich sterbe nach drei Stunden. Der wird zu viel Leben haben, Buffel. Vertrau mir. Ich werde drauf gehen. So. Glaube nicht. Warte. Komm, ich helfe dir bis in hier. Noch einen Donnersturm. Okay, mach. Oha. Ich glaube. Okay, er brennt. Nice. Und? Hast du ihn erledigt? Weiß ich nicht. Er hat voll viel Leben. Er hat richtig viel Leben. Ja, danke, Bufflo. Ja, ja. Okay, er hat was getroppt sogar. Einen Flammenwerfer, Leute. Guckt euch das mal an. Oh mein Gott. Was ist ein Flammenwerfer? Und? Ich kann sogar noch ein Schloss geknacken. Also in der Kiste kann jetzt auch noch was drin sein. Und? Wow. Okay, Bufflo. Ich habe das vielleicht sogar ein Geschenk für dich. Wow. Wo bist du denn hin? Äh. Ein Rainbow Jetpack. Hier. Damit kannst du jetzt endlich wieder aus diesen Löchern hier rausspringen. Wow. Ja, das ist schon nice. Da ich hier schon so ein Ding habe, dachte ich mir, komm, gebe ich dir das. Aber, Leute, jetzt habe ich endlich auch mal was Starkes hier. Einen Flammenwerfer. Und jetzt werde ich gar keine Probleme mehr haben. So, Bufflo. Das heißt, ich bin dran mit Easy Cheesy. Okay, dann gönn dir mal. Oh, Leute. Das wird jetzt richtig spannend. Wow, du gehst ja direkt drauf. Wow. Okay, ich helfe dir. Na klar. Okay, die macht sehr viel Schaden. Pass auf. Das trifft mich auch. Ja, sorry. Moment, ich versuche dir auch zu helfen. Okay, ich habe es geschafft. Ey. Okay, hast du es tatsächlich geschafft? Ja, ich habe es geschafft. Wow, was hast du denn da? Ich kann jetzt mich teleportieren. Oh mein Gott. Oh, ich kann das hier machen. Oh, du bist ja quasi ein Enderman. Ja, ich bin ein Enderman. Oh, ouch. Oh, das tat weh. Aber ich kann mich... Ich kann mich hier... Guck mal, guck mal oben auf den Mount Muji. Ich muss nicht mal so einen Berg hochklettern. Ich kann einfach so machen. Wow, du hast dich einfach so teleportiert. Oh mein Gott. Krass. Heftig, Buffalo. Ich hoffe, ich kriege jetzt aus dem nächsten Grab irgendwas krasses raus. Drückt mir alle jetzt die Daumen, Leute. Okay. Dann wollen wir mal. Puh. Dann wollte ich mal reingehen. Ich bin mal gespannt, was... Ich glaube, du wirst keine Chance haben gegen mich und meinen Schraubenwerfer. Okay. Und... Bam. Ja, nice. Oh, halt. Okay, das ist stark. Ich helfe dir. Na, alles gut. Ich habe schon geschafft. Äh, so. So. Nee, Buffalo. Das ist unfair. Ich helfe dir. Du willst das Item nur klauen. Ich helfe dir. Nein, ich mache das nicht. Tja, ich war ein bisschen schneller als du. Wow, eine Rainbow-Rüstung. Leute. Jetzt bin ich mega OP. Guck mal, was ich hier alles habe. Und ich glaube, ich könnte dich theoretisch einfach one-shotten. Ja. Aua. Easy. Hey, komm her. Was? Ich habe hier einen Donner... Was? Was ist los? Ich möchte wissen, wie viel Schaden ich mache. Mit dem Schwert hier. Ja. Angriff! Du kriegst mich nicht. Wo bist du? Ich bin oben. Hä, wie? Du bist oben. Du kannst doch gar nicht fliegen. Über dir. Doch, mit einem Jetpack. Ah. Okay, da. Okay, okay. Bist du? Ah, du kriegst mich nicht. Okay, wir haben jetzt noch einen Grab, Leute. Und das machen wir jetzt auch. Ich komme, ich komme. Komm. Unter Wasser atmen mit dem Helm. Okay. Das letzte Grab, das darfst du machen, Buflö. Komm. Okay. Hol uns das Neißes. Oder wir beide, komm mit. Komm jetzt. Oh, Chaos, Flo. Okay. Let's go. Ich lade jetzt meinen Zauberstab auf. Vielleicht. Ich weiß nicht, ob das reicht. Der war noch ein bisschen, Leute. Ich muss hier hoch. Nein, nein, nein. Ich muss hier hoch. Und? So. Und? Komm schon. Komm schon. Warum macht der nichts mehr? Der Zauberstab. Vielleicht wird schon leer. Nein, 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 der ist nicht leer. Okay, egal. Leute. Dann Flammefaction. Let's go. Pass auf, Buflö. Geht's auch noch drauf. Ja, ich hab das kein Leben. Ich muss hier hoch. Ich hatte noch ein halbes Herz. Ja. Oh Gott, nein. Sag mir nicht, die Sachen sind verbrannt, Leute. Aber wir haben hier noch... Ich hab noch ein paar Dietrichi. Noch eine Truhe. Komm. Der hat mir eh nur Dietrichi getroppt. Und? Ha, du warst so langsam. Was hast du denn bekommen? Ich habe einen... ...Hurakam bekommen. Oh mein Gott, Leute. Wie nice war das denn? Das hat sich ja mega gelohnt. Und wir haben alle YouTuber-Gräber gemeistert. Und wenn euch das Video gefallen hat und ihr mehr seht, lasst ein Like da, Abonnier-Kanal, aktiviert die Glocke. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Tschüss. Tschüss.